um um was er tut er ist leute und herzlich willkommen zu einem halloween special video ich zeige heute orientiert mit dem leihon zusammen und der leihon der akunt achte leihon wir sind hier grad orion prelude ist es so ein dino spiel da muss man halt so dino's töten ist supergeil und da ist der leihon mit dem auto ne doch nicht hey du hattest doch grad ja genau schießt mich ab genau einfach abschießen ja genau und ich spiel grad so ne geile klasse und ich bin unsichtbar zieht euch das rein ich bin unsichtbar das heißt man sieht mich nicht und kevin jawohl wo sind hier die dinos frag mich mal machst du mal los hier ist die generator aktivieren horde bot das heißt wir spielen hier mit computern zusammen weil keine andere menschen uns mögen ok und genau da lauf ich doch mal hier hoch ähm es sind bei dir auch überall so schwarze striche um alle texturen rum oder ist es nur bei mir so das glaub ich nur bei dir ach scheiße haha ok gut wo bist du da bist du ALTER wieso wieso lol gefunden ja einfach gefunden ja komm mit ja ich kann da nicht einsteigen ich zeig dir das da steht noch eins irgendwo ok ich mach ich hab mal ja 100 punkte dafür bekommen dass ich die welle gestaltet habe und uns in den sicheren tot gebracht habe geil ok halloween map die ist schon geil die halloween map glaub da ist nichts anders außer dass da überall fette kürbisköpfe rumstehen kann man die kürbis eigentlich töten boom ne kann man nicht ähm wo wo bist du wo bist du wo bist du du wolltest mir zeigen wo man sowas ach ich seh dich ah ok fahr mal nicht so schnell hier das ist doch schnell tut mir leid Robert da wo ah ok ich seh dich ich seh dich ich mach mich unsichtbar oh ich bin das Auto nehmen oder ähm ja ne ja wenn noch so ein fliegendes Teil da ist dann nehme ich natürlich das fliegende Teil ähm Auto ja gut sind eh nur Autos da dann nehme ich oh jetzt nehme ich erstmal so ein Truck waaaa 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 scheiße ich kann nicht fahren ey hm 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 oh yeah und Leute warum ich überhaupt das Spiel hier spiele erstens natürlich in dem Spiel gibt es hier einen Halloween Modus sonst hätte ich das gar nicht gemacht aber ich finde das Spiel einfach auch so mega geil Errung äh oh ich habe schon wieder eine Errungenschaft freigeschaltet where is Waldo Und wer ist Waldo? Oh, einfach Dino, bleib fahren. Und noch ein Dino. Wo ist der nächste Dino? Komm zu Papa. Gut, ich bin... Muss ich mal suchen, wo ich das Teiljahr bekomme. Ach dann. Alter, Alter, Alter. Okay, ich sehe es. Kann ich da einsteigen? Gut. Oh, Leute, ich hole mir jetzt auch so ein... So, was ist das? Eine Biene. Es ist eine Biene. Oh, wir sollen mal den Generator beschützen uns? Wow, Alter. Yay, das ist so ein geiles Teil. Oh, yeah. Fly over the pumpkin dukes. Wee, das war so mega Spaß, das Flugzeug. Entschuldigung. Die Bienenfliege. Da ist ein Dino. Dino, 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 Dino. Wo ist der Dino? Ey, Alter, hier sind Autos. Sind hier Maschinengewehre hinten drauf? Nein, schade. Da ist ein Dino. Komm her, Baby. Das ist gut. Boom. Einfach totfahren und das Leben geht weiter. Yo. So gehört sich das. Oh, mein Gott, ich drifte hier gerade so mega rum. Keine Ahnung, wo ich bin. Sind die einzigsten zwei, ne? Mhm. Oh, yeah. Das sind drei Kills, Alter. Ich muss jetzt ein Auto nehmen. Auf der Biene hier bekomme ich einfach keine Kills. Ist die Wave schon rum? Hm, keine Ahnung. Next Wave in 0, 1, go. Äh, wie... Lol, wieso kann ich nicht fahren? Oh, scheiße, ich war im Beifahrersitz gesessen. Aber okay. Ja, komm, fahr mich einfach kaputt. Komm, Wrestling. Puh. Okay, ähm. So. Und ich will jetzt auch keine Schleichwerbung für den Kevin, seinen Kanal zu machen. Aber ihr könnt ja gerne mal Lion... Lion, Lion, Lion eingeben. So heißt er, oder? Ja, dann schau. Sag einfach ja. Ja. Ja, schau einfach mal auf seinen Kanal vorbei. Der hat zwei Videos von SWT OR. Nein. Was, was keine zwei Videos... Ohohohoho! Alter. Mach den Hordenbotter kaputt. Ich bin... Wieso bist du schneller als ich? Drück mal, äh, Shift oder so. Ah, stimmt. Nitro und so. Nitro, okay. Äh, geil, jetzt bin ich bei Nitro, steige ich aus. Hä, wie... What? Hä, ist sein Auto auch weg? What is das? Oh! Der dreht dich mal um. Ey, sie... Das ist so ein... Ohohohohohoho! What the fuck! Was ist das? Ja, Alter, mach es kaputt! Der hat ein Heutschwert! Alter, wo kommt der her? Alter. Schau mal auf sein Leben, Alter. Ah, scheiße! Ja, ich bin tot. Ja, ich auch. Alter, stirb, 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 stirb. Alec, ich mach den noch kaputt, den alten Opa. Oh, jetzt sind wir zu dritt, Alter. Alter, der schon von der... Boom, boom, boom. Boah, ist grad Zeitlupe, ne? Kann man... Ich glaube, wir müssen in die Augen reinschießen. Ja, komm, lauf über mich. Alter, wo kommt der her? Und ich hab mir noch keine gescheite Waffe gekauft. Das ist natürlich super jetzt. Ja. Ist der... Ohohohoho! Äh, wie warst du von uns noch? Scheiße, Pump... Pumpkin-Kön. Der... Der Kübis-König, oh yeah. Alter, okay, das Spiel ist zu Ende. Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Es war kurz, aber es war... Ja, erholsam, würde ich mal sagen. Danke an dich, LionLie, der übrigens auch einen YouTube-Kanal hat. Wir spielen jetzt noch weiter das wunderschöne Spiel, gehen jetzt in die nächste Runde und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bestimmt bald wieder. See you later. Alligator.